Siehst du die Kanaks an der Ecke, da kriegst du harte Drogen Wenn du was brauchst, kauf doch pass auf, bei dem wird man gern abgezogen Und eins merkt ihr gleich, zeig keinem deine Wertsachen, bevor sie dir dein Leben schwer machen Hier sagt man nicht, danke oder bitte, wir sind hier nicht im Panko oder Mitte Überall stinkt es nach Pisse, wunder dich nicht, wenn man dich fragt, hast du mal ne Mark oder eine Kippe? Punks besetzen Häuser, dicker, bleib mal von dem Weg, bist du nicht auch ein Anarchist, dann ist auch keiner von dem nett Hier brauchst du besser nicht mit deinem teuren Wagen, der wird noch angezündet, spätestens heute Abend Willst du ne Dönerbude, ich sag die Wäckchen, doch warte kurz, ich muss erstmal der Oma über die Straße helfen Nur zu den Leuten, die wir kennen, sind wir freundlich, so bin ich aufgewachsen, Neuss Kreuzberg 96 Auf dem schwarzen Forst läuft die Mucke von Islam mit Forst 1. Mai 96, ja ich war dort Steine für die Schweine? Alle machen mit, nein hier kämpfst du nicht alleine Fühlt was in der Küche an Gewürzen für Batwan? Ja dann frag deine türkischen Nachbarn Falls du irgendwann nach Hilfe schreibst, sind wir alle gleich da, hier sind wir hilfsbereit An jeder Ecke gibt es türkische Cafés, wo die Babas abends zocken und alles was geht, da ist viel los Es geht um viel Moos, Batak und Ok nein, hier gibt es keine Spiel los Komm lauf mit Richtung Kotti, es ist vor 36 zum Auftritt von Bobby Bopby Bopby Bambi!